ja ja okay also ich habe ich habe jetzt wo ich mich verarschen ich habe jetzt kurz gedingst in dem menü kurz geschaut und bei dem audio ich habe irgendwie irgendwas eingestellt wegen blindheit keine ahnung was aber ich finde nicht sicher kann wo ich das umstellen kann aber okay gewinnen gewinnen wir beginnen da drüben dankeschön ich sag mal so wenn das wenn das schießen so einfach ist ja dann halleluja aber ich glaube es weniger frage kann ich schneller laufen auch irgendwie mann wo du bist also ich muss sagen dina sieht nicht schlecht aus also elli und dina werden ein süßes pärchen ach mein holz ach ups by the way ich wollte halte die maul halte dein maul dankeschön sie haben wir denn da öffnet das tor ganz ruhig okay ihr wisst wie es läuft den roten folgen lockbuch führen alle infizierten töten wenn ihr irgendwas nicht alleine schafft kommt zurück spielt nicht in hell ok dann mal los hier ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Hey. Was hast du getrunnt? Hab ich gebetet? Du hast wieder mit den Zehen geknirscht. Wo warst du? Ich will dir was zeigen. Was? Vertrauen. Ist ja voll geil, dass ich bei der Frau... Jetzt habe ich mir gedacht, dass das ein Typ... Voll bescheuert. Aber who the fuck sind die nämlich... Es steht ja da auch wirklich einfach Frau und Mann. Geil. Ich will dich nicht warten, bis die Sonne rauskommt und der Swammer ist. Nein. Kannst kaum erwarten. Digga, was? Ja. Du musst es sehen. Wenn du es mit der Horde kommst oder so wie in der Skown, dann flippe ich aus. Dann flippe ich aus. So wie der auf einer Spannung macht. Alter, alter, alter. Linker Stick nach vorn. Plus. X-Taste. Hindernisse überspringen. So kann man laufen. Linker Stick nach vorn. Kann man warum ich hier haste. Durchzwingen. Wie soll ich hier im Gang bin? Aber... Ich glaube nicht, dass sie sein Geschicht von sehr recht ist. Kreistaste aufstehen. Was hast du alles im Dunkeln immer? Ja. Na komm schon. Oh, lock der mich hin, Alter. Ich seh nur, weil du in der irgendwo im Plan hast. Mhm. Südmann. Na Gott, der Lauter Mellau. Digga, was hast du gesehen? Springen. Was hast du bitte gesehen? Mal. Ich sage ganz kurz irgendwie eine Basis. Was? Nein. Hättest du wohl gern. Äh, ich hätte genug. Danke. Halte für einen Sprintsprung. L1-Taste. Damit das klappt. Wenn du das kannst, kann ich das auch. Atmel ist der Freund von dem Typen. Ist doch klar. Was ist das? Du kriegst das hin. Das ist zu hoch. Okay, doch. Ich habe gedacht, ich habe unsere Basis gesehen. Aber was, anscheinend, doch nicht. Abby. Okay, das ist Abby. Gut zu wissen. Danke, dass du das sagst. Ist auch geil. Er sagt meinen Namen instant, oder bei mir sage ich seinen Namen. Dass ich endlich mal weiß, wer hier wer ist. Ist auch geil. Also, ups. Okay, dass ich unsere Basis gesehen habe, war doch ein kompletter Fail. Aber was denn dann? Oder auch mich? Was ist das? Wir sind da. Ach, sag Gott. Verdammter Stein. Ja. Hast du schon jemandem erzählt? Du solltest es zuerst sehen. Wir patrouillieren von der Stadt zum Außenposten. Da drüben. Dazwischen gibt es noch mehr Posten. Wir haben Strom. Waffen. Das sind viele Leute. Wir kriegen das schon hin. Und wenn er da drin ist, dann kommen wir zu ihm. Wir fangen eine Patrouille ab. Fragen nach ihm und dann... Ich weiß nicht. Kommen wir ihm vielleicht irgendwie raus. Ja, okay. Wir geben uns bestimmt gern alle Informationen. Dann zwingen wir sie eben. Oh. Hast du dir eigentlich zu? Hast du eine bessere Idee? Was ist denn los mit dir? Alles schade. Oh. Okay. Aber es ist nicht nur das. Sollte ich gratulieren? Wenn die anderen was sehen, werden sie umkehren wollen. Wir überzeugen sie. Stimmt? War klar, dass ich nicht auf dich zählen kann. Abby. Ich will, was du willst. Aber nicht um jeden Preis. Hey. Tappen! Ich weiß nicht mehr. Leck mich. Ah, jetzt wird sie echt irgendwann um den Weg fragen, weil sie irgendjemanden finden, suchen, tut, whatever. Und wenn derjenige oder diejenige Joel oder Ellie sind, dann lach ich. Weil das ist safe die Stadt. Das ist sicher unsere Stadt, die wir kennen. Schau sich mal stark. Okay, so habe ich das nicht verstanden. Mel ist schwanger anscheinend, wahrscheinlich von dem Owen, aber unsere Abby, also die, die, was wir spielen, steht auf Owen. Hab ich das richtig verstanden? Ich glaube ja. Okay. Jetzt müssen wir nur herausfinden, also wir selber müssen herausfinden, wen sie da meint. Ob sie Joel meint, ob sie Ellie meint, keine Ahnung. Was? Also ob. What? Okay. Ist doch so, oder? Halt für einen, das ist ein Wachposten. Aber ich will nichts. Ja, ist schon klar. aber das ist der plan ist sie so fragen weil so fragen wird wahrscheinlich nicht klappen oder irgendwie erpressen oder so sind wir dann im kreistaste gedrückt nach baumlage zu gehen dabei war es genau das ist eine feature so wie in kondition mäßig dass man nicht mal komplett bauchlage machen kann viel besser finde ich richtig kann kann man eigentlich auch so und dann so ja kann ja gerade oder auf den typen was du stehst ja dieser böse typ böse böse es ist jetzt was hat fünf schüsse willst du mich verarschen ich will manche wirklich nicht viel money was ist hier passiert und das waren das hier die vom lager das sind sehr viele ich schätze mal dass das die vom lager sind oder auch gott auch gott aha was bewegte ich nicht ist ja wenn sie unter kurva ich wusste es nicht verpiss dich verpiss dich junge verpiss dich auch noch okay passt au ja la ein au aha äh wat quadrat taste na kommt aha aha der ist tot der ist tot von 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 schlägen aha ausweichen wort wo och nö warte ich mach auf den nahkampf au guck mal auf das muss man timen oder wat ist ja noch sch- sch- stirb schlampe wuh okay okay ich bin aber trotzdem wieder irgendwie der mehr der fan von schleichen also von hinten erledigen aber by the way ich kann noch nicht ich habe keine rucksack tutorial inventar mäßiges ding schade eigentlich mein gott wahrscheinlich warte mal weißt du charada und hund war ich sag mal so ausrüsten r2 taste zum medikit 1 militärpistole medikit 1 aber dem ich da oder freunde halten medikit 1 hoch wische tatsche zwischen nach oben du stehst das unter einen aktuellen status als sprachausgabe du stehst gesundheit du stehst gesundheit 100 das ist diese diese dumme kuh labert nur die oder du stehst gesundheit 100 100 also ich will die aufstellen ich weiß noch nicht wie ich habe auch ablenkung wieder aber ane kommt ich muss ab 0 ich muss ablenkung auch irgendwie sammeln na toll na gut drücke r3 taste um deine taschenlampe ein oder auszuschalten bereits habe schon gedacht wird sind geräusch ich habe absoluten planer pegen jemand ist deswegen stehe ich mal die steuerung ist zum glück komplett gleich wie beim ersten teil bin ich erleichtert außerhalb das ausweichen was neues habe ich schon gesehen kann bleiben ob ich schauen ob irgendwo sein könnte zum beispiel weil sie nicht ist ja auch ein spree so medipack das war geil wenn es so ein spree gibt oder so ein desinfektionsmittel anstatt ein verband aber sogar stein 0 halte kreistaste gedrückt auch in bauch lage zu gehen ganz blöde kannst du auch sagen ja das war nicht ganz sehr ich war auch ich weiß jetzt und ich will schalter vor allem ich will ich will den schalter unbedingt und ich will endlich mal ein paar leise kind was solltet kreistaste aufstehen kreistaste aufstehen ich habe es wieso so irgendwie ein gefühl weil sie ja unbedingt zu den posten will dass wir irgendwie auch ihnen jetzt dass sie die böse auch irgendwie ist keine ahnung ich habe keinen plan warum sie wen sie dort haben will und warum er ist auch nicht irgendwo rein hier rein also zum lauschen 1 gedrückt halten bleibt gedaukt um dich an gegner heranz zu schleichen heran dreiecktaste um sie zu packen heran nämlich ok man sieht aber nicht mehr wirklich viel was wir sind einfach nur die scheiße geil ich sehe nicht geil ich sehe nicht von welcher seite wo sie ihn schaut aber ist egal gehe ich schon hin kleine keule packen und dann lautlos pssst schlaf ein dankeschön ich gut ich werde mal das und das ok wahrscheinlich ist das dreieck und dreieck äh besser kill ist da jemand hallo bäh hä das war vorhang da gibt es irgendwas zum sammeln ne was heißt sammeln medica 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 das ist ein scheiß irgendwelche nützlichen sachen zum beispiel zum beispiel munition siehste ok ok hm das sehe ich wo bin ich reingekommen warte mal hier bin ich reingekommen ok hier hier ist nix ja genau kelle runter kann man machen moin moin ciao was hast du bei nö ja aber dies noch einer komm zurück komm komm drehe dich rum brav jaja ich weiß es tut weh es ist scheiße und alles aber es ist schon vorbei Sehr gut Und by the way ich muss mich angewöhnen öfter das heißt das jetzt ist das alles waren oder sind noch mehr ich muss mir angewöhnen öfter das ding zu machen war Anscheinend kann ich jetzt unendlich weil ich ich weiß nicht online beim ersten teil war das nicht die ganze zeit konnte man nicht ganze Hören das war das beim ersten tanz schon so also bei der story Was die ist nichts mehr können Verziehen wir uns Na ja wohin aber ja toll Drüber irgendwie ach 9 Druck dich Ja Sehen schon mehr Oh Gott Ich hoffe es gibt ein perk eine fähigkeit dass man das schneller machen kann Was ist das für ein geräusch Bewegt sich der Lüge was machen Sachen Was ist das für ein geräusch? Irgendein schloss oder keiner wird das ganze Gott Okay Da ist einer Da ist einer Ich würde echt gerne Ich würde echt gerne einen stein haben Was ist das für ein geräusch? Was ist das für ein geräusch? Du musst das für ein geräusch ist Wenn du da bist, kannst du uns mit dem geräusch ist Bisschen Bett machen. Alter, ja! Oh mein Gott. Ich find's geil, dass sie irgendwie alle Munition haben, ich weiß nicht warum, aber... Und... Tschau. Thank you very much. Du auch, Moni? Ne. Läuft. Läuft doch. Jetzt kann ich wieder meine... ...meine Scaleskills... ...verbeistellen. Das Wetter wird schlecht. Es schneid die ganze Zeit schon. Jetzt sagst du, das Wetter wird schlecht. Dein Ernst? Habe ich schon. Habe ich schon. Habe ich schon, alles gut. Da hätte ich auch gehen können, okay. Okay. Schwierig, wenn gehört? Nein. Okay, warte mal. Da hoch? Kann ich da hoch? Oder bei der... Hier? Hier kann ich nicht hoch, okay. Dann hier rüber. Oder hier durch. Wo ist die Patrouille? Hier. 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 Okay. Was ich mir jetzt aber auch noch frage ist, spielt das gleichzeitig eigentlich? Nee, eigentlich nicht. Weil... Ich schätze nicht so ewig. Wie? Jesse? Nein. Ihr wart doch so lange zusammen. Hey, Jesse ist toll. Ich mach seine Eltern. Sie sind meine Familie. Aber es war nur noch Bewohnheit. Hey, warum reden wir eigentlich nie über sowas? Ich weiß nicht. Es ist irgendwie... Es wird mir auch nie über Käpte reden. Ja, aber... Da gibt's nicht viel zu erzählen. Au. Ich dachte halt immer, dass du sie nicht leiden kannst. Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Okay. Ich finde, sie hat wirklich Talent. Allmählich gefällt mir sogar dein Tattoo. Oh, das ist so nett von dir. Und sie war nicht die Richtige für dich. Interessant. Ach, Cat hat Elly's Tattoo gemacht. Okay. Weil, das weiß ich auch. Elly hat ein Tattoo, dass man halt ihren Biss nicht sieht. Jetzt hast du springen. By the way, kann ich jetzt...